Mein Name ist Ivan Buck. Ich wohne mit meiner Frau und meinen drei Kindern in Oberkölch. Beruflich arbeite ich bei der Zentralbahn, und zwar als Leiter Marketing und Verkauf und Mitglied der Geschäftsleitung. Damit sich unsere wunderbare Region weiterhin so positiv entwickeln kann, möchte ich mich einsetzen für Verkehr und Mobilität, Bildung und Sicherheit. Mein Name ist Charlie Freitag. Ich wohne in der Gemeinde Beromeister und bin verheiratet mit Barbara. Von Beruf bin ich Wirtschaftsinformatiker, Gemeinspräsident von Beromeister und Präsident der Region Sorsi-Mittuland. Seit 2011 darf ich für Sie im Kantonsrat Luzern politisieren. Meine Anliegen sind eine konsequente Umsetzung der Vorwärtsstrategie unseres Kantons, gute Rahmenbedingungen für Land und Stadt, wie auch eine flexible Umsetzung von Bundesgesetzen, dass diese passend für unseren Kanton angewendet werden können. Ich bin Daniel Glor, wohne in Sorsi und wirke als Unternehmer in Buren. In unserer Region ist im Moment besonders wichtig der Ausbau des Bahnhofplatzes Sorsi, stabile Steuerstrategie und gesunde Staatsfinanzen. In Luzern möchte ich mich mit gesundem Menschenverstand einsetzen für die Wirtschaft und den Mittelstand. Das sachlich und klar. Angela Pfeffli-Grosswanger, Physiotherapeutin mit eigener Praxis. Schaffen, wohnen und leben in der Region – das ist unsere Zukunft, viel nachhaltiger als lange Arbeitswege. Die Ausbildung von guten Fachkräften sichert Arbeitsplätze, auch in der Region. Die Ausbildung von mehr Gesundheitspersonal aber sichert die Gesundheitsversorgung von Mohnen. Dafür kämpfe ich aus Überzeugung. Mein Name ist Adrian Rauch, ich bin 32, wohne in Goyensee, arbeite als Projektleiter Gebäudeautomationen bei Thomas-Lümpartner AG. Mein politischer Ziel ist die regionale und umweltbewusste Infrastrukturaufwertung. Mein Name ist Roland Scheiber, ich wohne in Bäromöster, von Beruf bin ich Lehrer für Wirtschaft und Recht. Mit der Bildung von heute gestalten wir unsere Welt von morgen. Wir alle wollen eine gute Zukunft. Unsere Kinder, unsere Jugendlichen – das ist unsere Zukunft. Für diese setze ich mich ein. Mir ist die Lebensqualität und der Lebensraum sehr wichtig, das auch zugunsten von unserem Tourismus. Die Anliegen des Gewerbs und des Wohneigentums stehen ebenfalls weit oben auf meiner Liste. Ich bin engagiert, konsequent und zielstrebig. Und ich treffe gerne den Nagel auf den Kopf. Mein Name ist Bruno Steimer, ich bin gebürtiger Grossfanger und seit mehreren Jahren wohnhaft in Sorsi. Als Mitinhaber und Geschäftsführer eines KMU im Immobilienbereich bin ich tagtäglich mit den Anliegen und Herausforderungen eines KMU konfrontiert. Mit meiner Kantonsratskandidatur für die FDP die Liberalen möchte ich darum die Anliegen der KMUs und der Grossregion Sorsi in Luzern vertreten. Mit meiner Kantonsratskandidatur für die Bühne und Geschäftsführer eines KMU. Ich schließe Dir. Untertitelung des ZDF, 2020